So, willkommen zurück. Wie angekündigt habe ich dann jetzt einfach hier bis hierhin wieder weitergespielt oder nochmal gespielt. Ich werde das jetzt auch spitten. Machen wir jetzt noch 9 Minuten, damit es eine 20 Minuten Folge ist oder ja, zwei Teile Video quasi irgendwie. Ein bisschen anders ist es jetzt doch natürlich wieder gelaufen. Wir haben ein anderes Inventar. Ich glaube, ich bin noch ein Level wieder aufgestiegen, was wir vorher nicht hatten. Dann werde ich gleich mal wieder in Giftwiderstand investieren. Und in dem eben Keller, wo wir noch waren, war tatsächlich noch ein Drache, ein Giftdrache, den ich auch noch erlegt habe. Mit der altbewährten Technik. Hallo. Wir müssen jetzt eigentlich da rein. Mal sehen, wer von uns weisen gleich noch auf den Beinen steht Spitzohr. Okay, eine Kiste. Ach, Gold. Wie lange dieser Zauber wirkte, Wahnsinn. Ja, hallo. Auf jeden Fall sieht dieser Weg jetzt dann doch etwas besser aus. Wobei ich noch nicht so wirklich weiß, sind wir jetzt in einer großen Höhle hier oder wird... Wobei ich noch nicht so richtig gut aus. Wobei ich noch nicht so richtig gut aus. Okay, aber es muss... ...ziemlich nah sein, schon. Kannst du es mal lassen? Dankeschön. Ich traue mich tatsächlich... Ja, gut, jetzt ist das Gift weg. Ich traue mich, das dunkle Elf, in den Dreck mit dir. So. Ist auf jeden Fall bisher der längste Weg, so der gefühlt längst jedenfalls bis zum nächsten Elementar-Ding. Ich traue mich. Wir müssen doch irgendwann mal ankommen hier, ey. Ich traue mich. Jetzt lauf doch nicht weg. Das geht mir auf den Sack. Falsche Zeit. Falscher Ort. Falscher Gegner. Oh, Alter. Geht's mir auf den Sack. Rieieieiei. Was zur Hölle? Ich brauche den richtigen Schlüssel. Zum Glück wissen wir jetzt automatisch, wo dieser Schlüssel ist. Sieht hier aus wie ein Rosensal, würde ich mal brauchen. Sehr schön. So, und zack. Das können wir noch mitnehmen. Mal sehen, wir haben uns jetzt beiden gleich noch auf den Beinen steht. Spitzohr. So. Cool. Ähm. Okay. Gegner haben wir jetzt hier erstmal keine Wetter, oder wird? Doch. Ein. Wow. Na gut, jetzt ist der Erfahrungsschub eh wieder weg. Wo kommst du denn jetzt her? Ich würde mal gucken, Sound ist an Effekte. War ein bisschen lauter. Das kommt dann drüber. Und macht damage. Ich. 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 Sche Ich. Ich. Ein Sarg. Mal gucken. Alter. Alter. Okay, hat sich ja nicht so wirklich gelohnt. Wie sieht in unserer Lage aus? Auch ganz gut noch mit hertrinken. Was zur Hölle? Scheiße. Oh, du sollst nicht da angreifen, du sollst das Vieh angreifen. Wir haben gar keinen Erfahrungstag mehr. Scheiße. Okay. Okay. Kann ich zwar raufgehen, aber passiert nichts. Weil er geht immer auf den Sack. Na gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge wieder. Spitze, wie, danke mich. Bis denn.